willkommen willkommen zu diesem video heute mache ich ein tutorial wie man ja wie soll ich sagen also so ein timing spiel machen kann ein tutorial dafür dafür brauchen wir erst mal ein command block kleiner tipp wenn man zu faul wenn du zu faul bist deinen eigenen namen zu schreiben dann schreibt einfach also alle spieler wenn nur du auf der welt bist weil dann bekommst ja auch nur du das und ja wir brauchen dann auch noch ein block du brauchst dann auch noch ein block deiner wahl ich mache da jetzt mal ein diamant block ich das wird jetzt bei mir nicht so schön aussehen aber das mache ich auch extra so weil es ja ein tutorial ist dann brauchen wir ein knopf wir brauchen redstone wir brauchen einen redstone verstärker als wichtig und ich glaube das war es dann oder naja das werden wir gleich sehen es gibt natürlich auch eine andere art davon mit kolben da braucht man dann keine command blöcke aber ich finde es mit command blöcken einfacher das hat man mit command blöcken was man keine command blöcke hat dann macht man es hat so dass da kolben vor und zurück geschoben werden und zwar mache ich jetzt einfach mal da man muss sich als erstes die koordinaten merken ich mache es mal extra so hoch ich mache es mal extra so hoch wir schreiben jetzt erstmal dahin jetzt schreiben wir die koordinaten also die ersten drei zahlen sind von wo es sind und die anderen drei bis wohin bis zu welchen koordinalen sind dann machen wir dann geht es alles weg jetzt brauchen wir aber den restverstärker einfach restverstärker nehmen und auf die volle stufe stellen umso mehr es sind umso mehr zeit hat der spieler und dann brauchen wir wieder ein command block da gehen wir wieder ein nein ohne slash beim command block gibt man kein slash ein schön und wieder die gleichen koordinaten siebzehn drei sechs siebzehn was mache ich denn da acht sechs und mache da den block der da die den weg versperren soll dazu die tür sein soll besser gesagt in meinem fall ist es jetzt dein ihr könnt natürlich ein anderen block nehmen so jetzt ist es fertig wir sehen hier jetzt eine wand wir können da dann ein parkour bauen und ja man drückt auf den knopf man geht in parkour und wenn man zu spät ist dann fährt die dann kommt die wand wieder und man kommt nicht weiter dann kommt jetzt warum kann man nicht einfach losgehen ohne wenn man es richtig gemacht hat dann ist die wand ausgefahren einfach ein parkour bauen und loslegen ich schreibe mal was in den chat bei bose ist gerade er darf das nicht hören warte mal das funktioniert ja nicht stimmt ja wir spielen ja auf der view da haben wir keine command blöcke ich habe mir gedacht das system ich habe mir gedacht das system ich habe mich so weit weg und die gelegenheit ich habe mich so weit weg und die gelegenheit nur so sagen hast du gesagt du wolltest dass ich kacke ich dachte dass du mir davon erzählt hast ich werde schnellstmöglich ich bin das bringt mir nichts tja dann lass uns nicht lange fackeln oh oh wundern 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 und wieder etwas gutes voll aber da halt mit Ich mache das System bei die Große Wette. Halt nur diesmal, nur halt da mit Kolben, weil bei der View Edition, da hat es mir keine Command-Blöcke. Und wir machen ja das mit Command-Blöcken. Falls ihr das noch nicht kennt, die Große Wette, ich verlinke euch mal ein paar Parts davon in der Videobeschreibung. Einfach ein Part verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr einfach von da an fahren, von der Großen Wette bei diesem Film einfach in der Videobeschreibung zum nächsten Part schalten. Manchmal sage ich das nicht, da vergesse ich das. Ich verlinke da aber immer den nächsten Part davon in der Videobeschreibung und sage dann mal Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Gchau, dramatur��ig. Vielen Dank.